hallo liebe motorsportmagazin.com freunde und formel 1 fans der tag an dem ferrari ein neues auto vorstellt hat immer so ein bisschen was von weihnachten nur dass wir heute bei der präsentation des sf24 vor der bescherung nicht in die kirche mussten wobei bei ferrari werden natürlich gerne in die kirche gegangen sprich wir werden gerne zu einer präsentation gegangen die ist aber in diesem jahr ausgefallen von ferrari sind wir eigentlich anderes gewöhnt pompöse launches letztes jahr zum beispiel im maranello vor live publikum auf die strecke gegangen oder ein paar jahre zuvor in einem theater das alles ist ausgefallen stattdessen gab es nur ein relativ prunkloses video vom neuen auto dazu noch eine pressemitteilung und bilder aber wir müssen ferrari insgesamt schon in schutz nehmen denn es gab zumindest einiges an content es gab zwei stunden presserunden für uns später mit teamchef mit den fahrern mit den technischen verantwortlichen und es gab auch ein bisschen video material das uns mitgeliefert wurde unter anderem erklärt in diesem video material teamchef red wassör warum das auto in diesem jahr nicht nur rotes sondern auch noch ein paar andere farbkleckse drauf hat dann wäre die wichtigste frage zur neuen roten göttin also schon mal geklärt ich habe gesagt man muss ferrari in schutz nehmen tatsächlich ist es ja in diesem jahr gar nicht mehr so in mode eine richtig große präsentation abzuhalten ferrari hat uns dann wie gesagt immerhin die möglichkeit gegeben mit den verantwortlichen ausführlich über zoom zu sprechen auch das ist heutzutage leider nicht mehr üblich im mitgelieferten material da wurde natürlich viel über präsentation und tifosi und so weiter gesprochen über den rauswurf von carlos sainz allerdings nicht da hatten wir aber dann später die möglichkeit darüber zu reden alles gibt es dann am ende des videos dazwischen kümmern wir uns aber noch ein bisschen ums auto ich habe von einer prunklosen präsentation gesprochen ja zumindest für die öffentlichkeit tatsächlich hat ferrari aber den standortvorteil wieder genutzt und hat das auto gleich mal auf die strecke rausgeschickt in fiorano erster shake down ganz wichtig 15 kilometer darf man da fahren der filmtag mit bis zu 200 kilometer der folgt schon am tag darauf jetzt interessiert euch natürlich vor allem brennen wie sieht das neue auto technisch aus und da wollen wir jetzt mal wieder von vorne nach hinten durchgehen beginnen also bei der nase die ist optisch nicht mehr wirklich so schön wie in den vergangenen jahren ferrari hatte ja schon im letzten jahr in richtung red bull entwickelt dass man die nase ein bisschen kürzer gestaltet hat dass vorne das erste frontflügel element schwebend war das hat man beibehalten aber die nase an sich ist jetzt deutlich schmaler ausgeführt also wenn man die jetzt von oben und unten umarmen würde da ist weniger material vorhanden und dadurch geht die dann am ende nicht mehr so schön nach unten sondern macht dann am ende nur noch einen kleinen knick ästhetisch ist es weniger schön aber wen interessiert das schon wenn es am ende schnell ist das müssen aber dann andere beurteilen wandern wir ein bisschen nach hinten zu einem sehr interessanten punkt den wir natürlich schon neugierig erwartet hatten vorderrad aufhängung und man sieht schon auf den ersten blick keine pull rods am ferrari sondern weiterhin push rods jetzt kommen einige von euch und sagen haben wir doch am haas schon gesehen der kauft das ja alles von ferrari ein dazu sage ich ja wir haben erst einmal renderings gesehen von haas da kann man ja immer ein bisschen betrügen haben wir alles schon gesehen und dann muss man auch immer noch dazu sagen ja der hat auch schon sein shakedown absolviert aber haas muss ja nicht immer die aktuellsten aufhängungsteile kaufen also jetzt haben wir gewissheit ferrari vorne mit push rods weiterhin unterwegs ich habe den chassis chef enrico kadile gefragt warum warum hat man dann nicht wenn man beim anderen beim restlichen fahrzeug dazu gleich noch ein bisschen mehr schon in richtung red bull gegangen ist wieso nicht auch bei den aufhängungen und er hat mir gesagt man hat sich das flow management natürlich angeschaut aber ist zu dem punkt gekommen dass es keinen großen vorteil bringt dass da eher die kinematik wichtiger ist und deswegen ist man also bei diesem konzept geblieben ist das in stein gemeißelt für 2024 auf jeden fall 2025 na ja da könnte man theoretisch schon noch mal eine änderung vornehmen dann wandern wir weiter nach hinten zu unserem absoluten lieblingsthema dass wir jetzt schon eines ein jahr lang komplett durchgekaut haben nämlich die side impact structures und zum glück hat's ferrari so gemacht wie wir es jetzt die letzten wochen immer wieder angekündigt hatten dass es wohl so kommen wird die seitliche untere seiten aufbrach struktur die ist noch ein stückchen weiter nach unten gewandert das war ja das große problem wieso ferrari das konzept nicht wirklich richtig umstellen konnte im fang in der vergangenen saison die war einfach zu weit oben diese seitliche die untere seitliche aufbrach struktur deswegen kam da diese unschöne schöne beule in den seitenkasten rein die ist jetzt erheblich nach unten gewandert so wie bei den anderen teams auch an die oberseite des unterbodens somit kann man jetzt also dieses red bull konzept dieses downwash seitenkasten konzept viel besser verfolgen ferrari hat selbst gesagt ja wir haben 2022 ein gutes auto gehabt haben aber schon festgestellt je mehr wir an das auto rangebracht haben je mehr abtrieb wir angebracht haben desto schwieriger wurde es da immer mehr rauszuholen ist ja auch das was wir von haas dann in der vergangenen saison gehört haben deswegen also jetzt extremer konzeptwechsel so wie man ihn eigentlich hätte schon während der letzten saison einführen wollen aber es ging eben nicht und wie sieht es dann an den seitenkästen aus ja wir sehen eine lange unterlippe so wie wir es am red bull ja auch schon gesehen haben wenn wir jetzt am tag davor den aston martin begutachten durften muss man aber sagen dass sie deutlich weniger aggressiv aus am ferrari als am aston martin und auch deutlich weniger aggressiv als am letztjährigen red bull am weiteren seitenkasten sieht man dann natürlich schon den downwash aber auch da muss man sagen alles nicht ganz so extrem das sieht eher so ein bisschen aus wie so ein letztjähriges auto das von anfang an auf dieses konzept gesetzt hätte nicht jetzt wie diese extreme 2024 generation die wir ja teilweise schon gesehen haben der undercut ist natürlich entsprechend auch vorhanden und dann schauen wir uns die hinterachse an das ist natürlich auch noch ein sehr interessantes stück wir haben bei allen autos im feld bislang pushrods an der hinterachse gesehen ja wie sieht es jetzt bei ferrari aus tatsächlich sehen wir auch da wieder die pullrods also wie in der vergangenen saison genau das aufhängungskonzept von red bull racing gespiegelt oder mcclan die hatten das ja auch schon seit saison 1 so warum weigert sich ferrari auch an der hinterachse da das konzept zu wechseln ähnliche gründe wie an der vorderachse man hat sich das natürlich angeschaut man hat ja auch mal pushrods bei ferrari also man kennt das system durchaus aber man sagt mit unserer fahrwerksgeometrie mit unseren querlenkern haut das alles nicht so ganz hin wir müssen ja auch teilweise aufs gewicht schauen wir müssen auf die fahrzeugkinematik schauen und das überwiegt dann bei den vorteilen bei unserem system im gegensatz zu den nachteilen die man vielleicht auf aerodynamischer seite hat und deswegen ist man dabei geblieben ist die hinterachse insgesamt beim alten geblieben nein definitiv nicht das sieht man schon an der position des pullrods der scheint jetzt deutlich weiter nach hinten zu gehen auf fahrzeugseite also nicht auf radträgerseite spricht dafür dass da die ganze aufhängung im getriebegehäuse weiter nach hinten gewandert ist größere umbaumaßnahmen das hat uns enrico kadile auch so bestätigt an der vorderachse hingegen hat man natürlich auch ein bisschen was gemacht aber das ist nur eine kleine evolution im vergleich zur vorsaison schauen wir uns den heckflügel an das ist die spezifikation die wohl auch so zum saison start kommen wird das hat enrico kadile auch klargestellt bis dahin kommen keine updates das auto so wie wir es heute gesehen haben wird dann auch in bacharin fahren medium downforce paket hat es aktuell drauf und der heckflügel ja das ist schon ein stückchen ingenieurs kunst laut ferrari damals viel arbeit reingesteckt weil man gesehen hat dass man nicht effizient genug war da war red bull einfach noch ein ganz schönes stück schneller vor allem auch was den dhs effekt angeht und deswegen hat man da viel arbeit drauf aufgewandt 2023 hat für ferrari ja nur zu diesem einen sieg geführt immerhin ein sieg kann man sagen aber alle anderen gingen dann eben an red bull racing das ist für die scuderia natürlich viel zu wenig teamchef redresseur der will sich da aber nicht festnageln lassen was 2024 möglich ist und still not able to see something on the crystal ball because they didn't give me the manual but we need to continue the progression that we had at the end of the 2023 season we need to be able to score more points to be more performant for sure but to be more efficient and it was probably the biggest weakness of last year and we'll be focused on this wenn fred wasser noch ein bisschen expertise in richtung crystal boys braucht im motorsportmagazin wird er fündig wir haben noch ein paar mehr von euch geschickt bekommen vielleicht könnt ihr uns auch noch eine anleitung dazu schicken dann geben wir die vielleicht an fred wasser weiter insgesamt ist es natürlich klar was er meint effizienz nicht nur im sinne von auto sondern natürlich auch von den abläufen man hat das potenzial nicht wirklich maximiert in der vergangenen saison aber da kann man drum herum reden wie man will am ende muss natürlich das auto schneller werden um überhaupt mal in diese sphären von red bull zu gelangen und da war immerhin das feedback der fahrer ziemlich eindeutig i think the main area where we had to work on was the sensitivity to the change of conditions we had a very picky car last year where it was very strong whenever we had all the perfect conditions but whenever one of these factors whether its temperature wind the speed force or direction it will have a huge impact on on our car and this we wanted to change it for this car for it to make it better and easier to drive as it was very difficult whenever it was windy conditions and this is something that i would like to see change for this year my main intention is simply for the car to be a bit more drivable i think i have a wider window of performance of drivability last year we it is true that we struggle in certain conditions in certain circuits we were not as strong as we should while the car in others was very strong no we struggle a bit also with predictability at the beginning of the year we managed to improve it as the season went on ich glaube das kann man einfach so zusammenfassen dass beide ein konstanteres auto wollen reproduzierbare performance und daran hat 2023 gescheitert im qualifying da ist man ja teilweise auf red bull niveau gewesen auch wenn red bull trotzdem auch auf eine runde das schnellste auto über die gesamte saison war trotzdem jetzt muss man das ganze wiederholen 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 auf allen strecken und daneben auch im renntrimm denn der reifen verschleiß das war natürlich auch ein ganz ganz großes thema da könnte jetzt die neue hinterachse auch dabei helfen vor allem natürlich um das entsprechende setup zu finden wie sieht es denn jetzt aus wenn die fahrer sagen können was nicht gepasst hat können die ingenieure umsetzen die fahrer haben zumindest schon mal einen ersten eindruck davon bekommen on the simulator the feeling is good the car is definitely a step forward compared to last year we've been focusing on the main weaknesses we we had last year as we do every year and for now the count the simulator has been reacting extremely well but there's obviously another important part to all of this is how much it correlates to then the real car once we put it in bahrain for the first time on the track so this will be a crucial moment so that will tell us whether we did a good job for this season but until now so far so good and everything we've tested on the simulator was positive i really don't like going into specifics of how the car feels in the simulator because it's obviously something very private for the team but yes it definitely feels different the target is for the car to feel different to keep more confidence to the drivers and to be able to extract more lap time from me know last year was an easy in that front but this year i'm pretty sure we have made steps in the right direction whether it will be enough or not only time will tell klar simulator ist simulator und nicht die echte welt aber das hat ferrari heute auch gesagt die korrelation zwischen simulator und dem echten fahrzeug die hat in der vergangenen saison eigentlich ganz gut funktioniert insofern sind diese äußerungen ja schon mal optimistisch und dann gab es ja eben schon den ersten shake dann und wir konnten mit beiden fahrern darüber sprechen naja zwei und drei runden wirklich aussagekräftig ist das natürlich nicht aber ein bisschen mut hat da charlie claire schon auch gemacht er meint im letzten jahr hatte er auch nur diesen shake down erst mal und da war das gefühl nicht so gut jetzt im direkten vergleich sagt er war das deutlich besser tritt aber trotzdem etwas auf die euphorie bremse und sagt aber das sagt natürlich nichts aus aber es sind so zumindest schon mal die ersten indikationen dass es in die richtige richtung gegangen ist und dann gab es dabei dieser präsentation natürlich noch das ganz große thema louis hamilton das über allem hing die presserunden sie waren natürlich geprägt von fragen danach auch wenn ferrari immer wieder versucht hat das ganze eher auf das neue auto auf die neue saison zu lenken am ende kam die rede trotzdem immer wieder auf louis hamilton auf die spektakuläre verpflichtung carlos seins der hat mir schon ein bisschen angeschlagen gewirkt verständlich ich will da jetzt nicht zu viel hinein interpretieren er sah so ein bisschen aus wie ein verlassener freund hat das ganze aber mit würde getragen hat gesagt naja nach ferrari da kann er wirklich dann zu jedem team gehen er muss sich auch nicht mehr beweisen weil die frage kam naja hat er jetzt ein paar rennen zeit um werbung für sich zu machen er meinte das braucht er gar nicht das hat er die letzten neun jahre in der formel 1 schon gemacht ich würde sagen erst schon eine der heißesten aktien auf dem fahrermarkt genauso natürlich wie landsmann fernando alonso über den haben wir ja in der letzten ausgabe schon im letzten video schon viel gesprochen wie der werbung in eigener sache gemacht hat aber carlos seins wollte eigentlich vor der saison schon gewissheit haben über seine zukunft also da wollte er eigentlich mit ferrari verlängert haben das ist jetzt also alles anders gekommen er sagt aber jetzt hat er keine eile mehr ist es jetzt eine andere situation nicht dass er sich beweisen müsste es ist eine sehr sehr wichtige entscheidung die er dafür sich treffen muss für die nächsten jahre er ist jetzt in seinen besten rennfahrer jahren auch wenn fernando alonso das vielleicht ein bisschen anders sieht und für die nächsten jahre muss er eben schauen wo er die besten möglichkeiten hat also wahrscheinlich ob es bei mercedes gut aussieht ob es bei audi gut aussieht oder dann vielleicht aston martin wenn fernando alonso woanders hingeht er gibt aber trotzdem zu die ganze geschichte war für ihn etwas überraschend er wusste aber schon früher bescheid als die öffentlichkeit fred wasser der hat natürlich wieder die alten geschichten bemüht er kennt ja louis hamilton schon seit 20 jahren ja der ist für sein team gefahren in der gp2 hat damit er auch gewonnen am ende ist die frage wie viel fred wasser da wirklich damit zu tun hatte und ob das nicht der ferrari-boss john elkan war der louis hamilton zu ferrari gelotst hat fred wasser hat aber auch klargestellt dass es nichts gegen carlos seins ist hört sich auch wieder so ein bisschen an wie beziehung oder es ist nichts gegen dich aber die andere möglichkeit mit louis hamilton die war eben die war eben da und dann musste man die ergreifen er verspricht aber 2024 wird diesbezüglich kein übergangsjahr man gibt volle pulle und will eben auch den titel in dieser saison holen charlie claire der bekommt also 2025 einen neuen teamkollegen und da ist die frage nach seinem vertrag natürlich auch ganz interessant er wollte uns weiterhin keine details über die vertragslaufzeit geben er hat ja kurz vor louis hamilton den ferrari vertrag unterschrieben er sagt aber als er den unterschrieben hat da wusste er auch schon dass louis hamilton wohl kommen wird so ein deal wie hamilton und ferrari der passiert ja nicht über nacht soviel mal zu dieser saga zu ferrari und louis hamilton wenn ihr dazu noch viel mehr haben wollt dann empfehle ich euch die neue print ausgabe die gerade ganz fleißig geschrieben wird ihr könnt jetzt schon vorhand bestellen link dazu ist in der video beschreibung abo.motorsport-magazin.com und ich empfehle euch auch unbedingt diesen kanal hier zu abonnieren denn wir haben in den nächsten tagen noch richtig viel content für euch nach dem ferrari launch ist vor dem mercedes und mclaren launch also wenn ihr das video nicht verpassen wollt und dann auch zum red bull der heute schon die ersten runden in silverstone gefahren der richtige launch der kommt aber erst am donnerstag wenn ihr das alles nicht verpassen wollt dann unbedingt den kanal abonnieren und ich habe mit weihnachten angefangen dann höre ich vielleicht auch mit weihnachten auf habe gesagt das ist ja so ein bisschen der tag an dem ferrari das neue auto vorstellt ist ja was wie weihnachten aber bis man dann weiß ob das geschenk auch wirklich gut ist das dauert noch ein ganzes bisschen und wenn ihr das mitbekommen wollt müsst ihr sowieso dem kanal hier treu bleiben die ganze saison und dann wisst ihr auch was der sf24 wirklich auf der strecke kann